Ah, dazu muss ich wohl nichts sagen, oder? Gut an sich hier, schön. Wir haben ein bisschen Sonnenloch gekriegt heute, das freut uns natürlich. Dann kann man das Ding aus Stahl bewundern. Hochfahren wir heute nicht, keine Zeit, keine Kraft mehr, nach zwei Wochen. Leider, leider. So, dann gehe ich mal drunter, drunter dieses Ding. Ah, ich schieße das alles. Tschüss. 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 Vielen Dank.